Die Schlacht am Wabash River, auch bekannt als St. Claires Niederlage, wurde am 4. November 1791 nahe Fort Recovery im heutigen US-Bundesstaat Ohio ausgetragen. Eine von General Arthur St. Clair, einem Veteranen des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, geführte US-Streitmacht erlitt dabei eine verheerende Niederlage gegen ein Bündnis von Indianerstämmen, dessen Anführer U.R., Little Turtle und Blue Jacket waren. Die Schlacht zählt zu einer Reihe von militärischen Niederlagen, welche die US-Armee anfangs im sogenannten Krieg gegen die Nordwestindianer hinnehmen musste. Sie war eine der blutigsten militärischen Niederlagen der US-Armee gegen Indianer und kostete rund 620 Soldaten und 60 Indianern das Leben, Ablauf, St. Claires aus erfahrenen Soldaten, Rekruten und Milizionären bestehende und zu Beginn der Kampagne über 2000 Mann zählende Armee rückte Anfang Oktober 1791 gegen die Indianer aus, die bereits im Jahr zuvor General Josiah Hamas Streitmacht empfindliche Verluste zugefügt hatten. Nach einem quälend langsamen Vormarsch erreichte Sankt Claires Truppe etwa einen Monat später die Siedlungsgebiete der Indianer am Fluss Wabash. Die von Anfang an schlecht ausgerüstete und wenig disziplinierte US-Streitmacht war mittlerweile bereits auf rund 1400 Mann zusammengeschrumpft. Viele der Männer waren nach Ablauf ihrer Dienstzeit einfach nach Hause gegangen, andere desertiert. Verschlimmert wurde diese Situation noch durch Sankt Claires schlechten Gesundheitszustand, wiederholte Gichtanfälle machten es ihm nahezu unmöglich das Kommando zu führen, häufig musste er auf einer Trage transportiert werden. Am 3. November lagerten die Soldaten zu beiden Seiten eines Zuflusses des Wabash Rivers, wo sie im Morgengrauen des folgenden Tages von den Indianerkriegern angegriffen wurden. Das etwa drei Stunden dauernde Gefecht bescherte der US-Armee die größte Niederlage, die sie jemals in einem Kampf gegen Indianer erlitt. Mehr als 600 Milizionäre, Soldaten und Offiziere wurden getötet, dazu eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Wagenführern, Marketendern und Frauen, welche Sankt Claires Männer begleitet hatten. Folgen Sankt Claires Niederlage bedeutete für die noch jungen Vereinigten Staaten einen schweren Rückschlag im Kampf gegen die Indianerstämme. Erst 1795, nachdem die Indianer die Schlacht bei Fallentimbers verloren hatten, waren die wechselhaften Kämpfe zugunsten der Vereinigten Staaten entschieden. Mit dem Vertrag von Greenville wurden die Indianer gezwungen, ihnen einen beträchtlichen Teil ihres angestammten Siedlungsgebiets abzutreten. Siehe auch ilo forgot und los aujourd'hui Vielen Dank.